Hast du schon einmal PineGrow ausprobiert, um damit eine WordPress-Seite zu gestalten? Kann es sein, dass du ziemlich schnell frustriert aufgegeben hast? Mir ging das jedenfalls so. Wenn du gewohnt bist, mit einem Page-Builder wie Oxygen oder Bricks zu arbeiten, dann mag das Arbeiten mit PineGrow für dich durchaus eine Herausforderung sein. Ist man die Arbeit mit einem Page-Builder gewohnt, fühlt es sich an, als würde PineGrow alles auf den Kopf stellen? Das ist so, weil es in beiden Fällen einen sehr großen Unterschied bei der Herangehensweise an ein Projekt gibt. Viele geben daher irgendwann auf und kehren wieder zum vertrauten Page-Builder zurück. Ich selbst habe drei intensive Versuche gebraucht, bis es bei mir Klick gemacht hat. Auch wenn ich immer noch Projekte mit Bricks umsetze, greife ich immer häufiger zu PineGrow und wie wir noch sehen werden, schließen sich die beiden auch nicht gegenseitig zwingend aus. Warum kann der Einstieg in PineGrow so hart sein? Folgendes zu verstehen ist sehr wichtig. PineGrow ist überhaupt nicht als Page-Builder gedacht und will auch nicht mit ihnen konkurrieren. Vielleicht wird das zu oft missverstanden. Ich versuche die prinzipiellen Unterschiede im Folgenden etwas deutlicher zu machen. Page-Builder vereinfachen und beschleunigen die Arbeit sehr stark. Oft kümmern sie sich bereits, um die grundlegende Darstellung der Seite und legen Bereiche fest, die man einfach per Drag & Drop mit Elementen versehen kann. Etwas einfacher ausgedrückt, bei der Arbeit mit Oxygen, Bricks oder Elementor sind viele oft verwendete Komponenten wie z.B. Seitenlayouts, Accordeon, Iconboxen oder Slider bereits vorgefertigt und können einfach zur Seite hinzugefügt werden. Dann kann man sich um die Anpassung des Designs kümmern und eine Menge von Einstellungsmöglichkeiten erlauben die Konfiguration der Elemente. Diese Page-Builder bringen also einen hohen Grad an Komfort. Bricks und Oxygen erlauben gleichzeitig weitreichende Kontrolle über HTML und CSS. Bricks hat ein Hook-System, mit dem Entwickler mit einigen Zeilen Code eingreifen können. Dazu muss man jedoch die Bricks-Dokumentation studieren und sich natürlich mit PHP-Code ein bisschen auskennen. Für Entwickler ist das sehr interessant, wenn es darum geht, besondere Anforderungen umzusetzen. Die Abstraktion, die einen Page-Builder zu WordPress hinzufügt, hat nicht nur Vorteile. So sind gewisse Standardfunktionen von WordPress entweder komplett abgeschaltet, Oxygen deaktiviert z.B. das Theme-System, oder manche Dinge funktionieren anders, als das bei WordPress normalerweise der Fall wäre. Wenn man nun manuell etwas anpassen, muss man die Besonderheiten des Page-Builders kennen, und wenn man Glück hat, ist das in der Dokumentation alles vernünftig erklärt. Man erkauft sich mit einem Page-Builder also eine gewisse Komplexität, die zum Basis-System von WordPress hinzugefügt wird, und mit der man umgehen muss, wenn Sonderwünsche auftreten, die der Page-Builder nicht leisten kann. Bleiben wir bei Bricks. Bietet Bricks einen Platzhalter für einen dynamischen Wert nicht von Haus aus an, dann muss man sich diesen Platzhalter mit Bricks-spezifischem Code selbst erst bauen. Möglicherweise braucht es nur einen Aufruf einer simplen WordPress-Funktion mit Parametern. Doch man muss diese Funktion in eine Bricks-Funktion packen, um den selbstgebauten Platzhalter dann innerhalb von Bricks nutzen zu können. Bei den meisten Projekten wird das nicht nötig sein, aber dies soll hier mal als konkretes Beispiel genannt sein. Immerhin hat Bricks eine recht gut dokumentierte Schnittstelle für Entwickler. Das ist ein großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Ein weiterer Punkt ist vielleicht noch etwas wichtiger, wenn es um das Hinzufügen von Komplexität zum Basis-System geht. Viele Webdesigner nutzen ja nicht nur den Page-Builder ihrer Wahl, sondern dazu noch mehrere Plugins weiterer Anbieter, die den Page-Builder wiederum um Funktionen oder Elemente erweitern. Damit entstehen ziemlich schnell Abhängigkeiten, die im Lauf der Zeit bei Updates zu Problemen führen können. Das ist vielleicht nicht so tragisch, wenn man sich nur um eine Webseite kümmern muss und alle paar Monate mal ein Fehler nach einem Update zu beheben ist. Doch wenn du professionell für deine Kunden Websites erstellst und diese aktuell hältst, kann es sehr zeitaufwendig und ärgerlich sein, wenn nach einem Update viele Websites plötzlich fehlerhaft sind. Natürlich macht man Updates auf einem Testsystem und nicht gleich live. Aber stell dir vor, du musst bei 10, 20 oder mehr Websites plötzlich die Zeit investieren und Fehlerbehebung machen. Das kann sehr schnell zu schlaflosen Nächten führen. Natürlich nutzen wir alle Plugins, um WordPress zu erweitern, das ist klar. Es ist jedoch klug, die Menge der verwendeten Plugins möglichst klein zu halten. Ich persönlich finde es auch nicht okay, wenn durch Updates das CSS oder JavaScript verändert wird, auf das ich mich im Frontend der Website verlassen muss. Es gibt keinen Grund, CSS oder JavaScript einer Live-Webseite zu verändern, solange nicht von mir als Entwickler absichtlich Design oder Funktionsänderungen vorgenommen werden. Wenn das Design einer Website fertig ist, ist es fertig. Optimal wäre es, wenn alle Plugins, die nur während der Entwicklungszeit gebraucht werden, vor dem Live-Schalten einfach deinstalliert oder wenigstens auf ein Minimum reduziert werden könnten. Das ist jedoch nicht möglich. Leider haben Page Builder Updates schon öfter zu defekten Websites geführt. Wenden wir uns Pinegrow zu. Ich habe schon gesagt, Pinegrow ist überhaupt nicht als Page Builder gedacht. Stattdessen ist Pinegrow zuallererst eine visuelle Entwicklungsumgebung für HTML und CSS. Außerdem erlaubt es die Erstellung von JavaScript basierten Animationen. Für uns interessant ist, dass Pinegrow mit einer Erweiterung zur Erstellung von WordPress Themes und WordPress Blogs zu haben ist. Eigentlich ist Pinegrow eine Desktop-Anwendung, wahlweise für Windows, macOS oder Linux. Seit einiger Zeit gibt es aber auch ein WordPress Plugin, das fast exakt wie die App funktioniert und direkt im Browser verwendet werden kann. Wenn Pinegrow für WordPress also kein Page Builder ist, was ist es dann? Pinegrow für WordPress ist ein Theme Builder. Du kannst damit WordPress Themes erstellen. Du kannst damit aber auch WordPress Blogs erstellen, also Gutenberg Blogs. Das Besondere ist, dass du völlig frei in der Gestaltung bist. Alles, was mit HTML, CSS und JavaScript machbar ist, lässt sich auch mit Pinegrow umsetzen. Dabei kannst du fließend zwischen visueller Gestaltung oder dem Schreiben von Code wechseln. Code und visuelle Darstellung sind jederzeit synchron. Es gibt keine abstrakte Zwischenschicht, wie zum Beispiel eine Datenbanktabelle, in der die verwendeten CSS Klassen gespeichert werden. Alles steht im Code, in HTML, CSS, JavaScript und PHP. Kombinierst du ein von dir selbst gebautes Theme mit eigenen Gutenberg Blogs, erhältst du damit eine komplett individuelle Webseite. Natürlich spricht nichts dagegen, dies mit weiteren hochwertigen Plugins zu erweitern, doch die Anzahl der nötigen Plugins wird fast automatisch reduziert. Auch wenn Pinegrow zum jetzigen Zeitpunkt nur minimale Unterstützung für Blog-basierte Themes bietet, also sogenannte FSE-Themes, kannst du damit auch solche Themes erstellen. Es sind dir überhaupt keine Grenzen gesetzt. Du entscheidest, ob du ein Classic- oder FSE-Theme bauen willst. FSE steht hier übrigens für Full Site Editing. Jetzt endlich kommen wir zum allergrößten Unterschied zwischen Page-Bildern und Pinegrow. Du musst wissen, wie WordPress funktioniert. Pinegrow versteckt keine Komplexität. Es bietet dir aber Hilfsmittel, um WordPress-Funktionen in dein Design einzubauen. Statt dass du den PHP-Code selbst tippen musst, was du aber auch tun könntest, generiert Pinegrow diesen Code für dich. Du kannst dir den produzierten Code jederzeit ansehen. Ich persönlich habe so viel über WordPress und die Funktionsweise von Themes gelernt. Statt dass du nun die Abstraktionsebene eines Page-Bilders lernen musst, lernst du direkt mit WordPress zu arbeiten. Und, nicht zuletzt, dein mit Pinegrow erstellte Theme und deine Blogs haben keine Abhängigkeiten zu Drittanbieter-Plugins, sofern du sie nicht selbst einbaust. Du kannst das Pinegrow-Plugin komplett entfernen oder die Pinegrow-Desktop-Anwendung löschen, wenn die Webseite fertig ist. Dein Theme oder Plugin funktioniert unabhängig davon. Der generierte Code kann problemlos weitergegeben und unabhängig von Pinegrow weiterentwickelt werden, wenn nötig. Es ist also kein Vendor-Login. Das ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Lass uns das noch einmal kurz zusammenfassen. Page-Bilder erlauben eine sehr schnelle visuelle Arbeitsweise. Einzelne Seiten können direkt in Bilder gebaut werden. Dadurch vermischt sich aber Inhalt und Design fast zwangsläufig. Das dann zu vermeiden, verursacht wiederum mehr Aufwand. Mit Pinegrow erstellst du ein Theme und Blogs. Du konzentrierst dich auf Design und Funktion. Inhalte kommen später. Mit den Pinegrow-Hybrid-Blogs hast du echte dynamische Komponenten. Design und Inhalt sind getrennt. Page-Bilder bieten viele fertige Elemente, die einfach zu benutzen sind. Mit Pinegrow kannst du zum Beispiel Bootstrap oder Tailwind nutzen, aber eigentlich baust du alles einfach mit HTML und CSS. Page-Bilder fügen eine Abstraktionsebene zu WordPress hinzu, die auch über den Zeitraum der Webseiterstellung hinaus zu Abhängigkeiten führt. Pinegrow arbeitet direkt auf WordPress-Ebene. Du arbeitest mit WordPress. Kein Vendor-Login.